Hallo! Es gibt viel Streit in den Religionen. Für Religionen werden Menschen umgebracht. Wir sind für die Versöhnung der Religionen und ein friedliches Miteinander. Und wir wollen keine Ausgrenzung oder Abwertung anderer. Was gibt es Besseres als ein T-Shirt mit einer coolen, guten Botschaft? Zum Beispiel, Gott liebt dich, egal welcher. Je mehr Botschafter für ein gewaltfreies Miteinander, umso besser für die Welt. Der Weg dahin ist, dass du persönlich ein Zeichen setzt. Und da können wir dir eine Möglichkeit geben. Du bekommst ein tolles Bio-Fairtrade-T-Shirt. Du kannst selbst in deinem Umfeld persönlich zum Frieden beitragen. Mit dem Kauf dieses T-Shirts bist du Teil der Lösung. Deshalb bitte ich dich, kaufe dieses T-Shirt, trage es mit Stolz und setze ein Zeichen in der Öffentlichkeit.